Willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online mit dem Kizi dem IC und dem Nekro So jetzt geht's ans Finale Bei dem Raubüberfall plus Smoker dran steht da kriegt 404.000 was ist mit mir? Ja ich muss die erst starten dann wirst du aufgelistet und IC auch und also 101.000 für jeden Ja kommt drauf an wie ich's aufteile Ich glaub das gibt Meulerei wenn du's an der Schrift hast Naja also du hast vor uns geprallt mit solchen Geld mal gucken wieviel ich glaub 5% reichen dann Ja dann bin ich aber raus Dann hast du Hater So ihr seid alle da? Habt ihr alles gekauft? Ach wunderbar Und spielen Die Panzerung ist auch da Das ist jetzt irgendwas gestartet Schauen wir mal Heimatland Wir müssen zwei Transporter voller Stoff unters Volk bringen Ach du Scheiße Auch nicht Schlimmes Ich auch Oh 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 Ich bin sehr 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 Schlimmes Ich sollte hier sein Ich sollte mit Trevor Oder am Flugzeug Jetzt jemand Ich sage nicht wer Aber es ist nicht mein Platz um die Leiterschaftsbeziseite Aber jemand hat die Vagos und die Balas und die Frattbeine und die Lost Klingt auch bisschen harte Römer 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 Ich bin ischen Wir sind alles Posten Na das ist ja günstig Aber wir sind Posten Nur Ok Postensügen Oh So Also ja Alter selbst du 5% kriegst du und übelst viel So In Position bleib auf deiner Position erwarten und entweder schaltet sich die Gegner schalten oder auf einer Position bleiben Weil es ist schwierig auch So Die Gegner aus Wenn jetzt alle bereit sind, warum Hä? Hä? Was denn? Ja es geht hier nicht weiter Verwann mich grad Hast du nicht dein Dein Ach hier Ja gut Ok Lange keine Nice Mission mehr gemacht Masken Stil Ach da hinten stehe ich Genau ich nehme ich nehme ich nehme ich nehme ich nehme Alter Chemiker Hahahaha 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 Ach geil Was hat denn Kiezi hier für einen Ledertress an ey Das ist auch Chemiker Das ist auch Chemiker Ausräucherung heißt das Also bei dir geht das schon in Richtung Fetisch Hahahaha Hey die Maske hab ich ja auch Ja genau spielen wir da mit Genau spielen wir da mit Das kommt geil So bereit Ich bin bereit Ich fahr dann gleich bei dir mit, Negro Weil wir ja eh Selben Posten haben Ich fahr von Eis Ich fahr von Eis Jo Hatt ich vor Wenn er einschläft, hauen wir ihn während der Fahrt raus, dann ist er wieder wach Hahahaha 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 Am besten wenn du entspringst ne Ja dann vor allen Dingen da lohnt sich's Ja Oh es geht nach Zeit Also ihr solltet nicht so trödeln Also ihr solltet nicht so trödeln So Accessoires Das Maske klar öffsetzen Wow Oh Oh Wir sind aber fast da ne Ach Zu dem Lackhaus müssen wir Oh Das hat mir nichts Oh Gott Hahahaha 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 Jetzt bist genau Alles getan Hahahaha Hey ihr müsst auch dorthin Hey hier steht Drivers Body Da ist er ja Drivers dabei Der Anzug ne Schaut aus Hahahaha Müssen wir jetzt mit den Fahrzeugen wegfahren oder? Was müssen wir machen? Hey wir müssen dort hinter also Geht hier und ich müssen hinter Äh ich sollt vielleicht auch in Deckung gehen Äh ich sollt vielleicht auch in Deckung gehen Also ich bin hier falsch Also ich bin hier falsch Warte bis dein Team in Position ist Warte bis dein Warte bis dein Team auch in Position ist Hä? Ja Let's Und Membele this people You're not just fighting for Tp Industries You're fighting for the Lill People The dreamers And the scammers All the people that gotta kill and steal To get ahead okay The real people Jetzt kommen sie. Wir müssen uns noch nicht kommen. Was ist da? Keiner nicht. Ich muss mal auf Mauslenchaster wechseln. Das ist angebracht. Er war ein Spezialkarabiner. Naja, bin schon gerade. Hier kommt ein Klau. Ach Gott. Hab ihn. Oh. Oh, 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 oh. Muss noch laden. Oh, oh, oh. Ja, ja, kann sie. Jetzt kommt eine Menge. Achtung. Ja. 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 Scheiße, der wirft ihn nicht weit genug. Alles klar. Ich hab keine Panzerung mehr. Ich weiß nicht. Ja, der liegt eine. Wir haben eine Öffnung. Wohin der jetzt hin? Ganz brutto. Wir müssen mit. Ach du Scheiße. Ja. 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 Ja, warte. Willst du fahren? Nee. Okay. Das ist aber jetzt ein ganz anderer Transporter noch. Ach du Scheiße Haley's. Ach du Scheiße. Mhm. Uns geht immer noch nach Zeit noch. Mhm. Boah. Es geht ab. Gas her. Los geht's. Joa ja. Noch zwei Helis. Ich muss schon sagen, die Helis, die nerven gerade ein bisschen. Morbus springt auch gerade bei mir. Echt? Mhm. Oh, Entschuldigung. Uff. Wir fahren mal hier vor dir. Ecker. Oh, du kennst die Spasten immer gleich. Hm. Da in dem Grün. Wir kommen jetzt vor zu dir, Smoker. Der Grün. Smoker, ich bin jetzt hinter dir. Ja. Ja. Jetzt erst. Hast du ja Zeit gelassen. Ja, der ist nun mal nicht so. Wo ist Nekro? Mich wird hinter euch. Was ist der explodiert gleich? Hinter mir ist einer. Ach du scheiße. Ich werde umzingelt. Die bleiben einfach auf der End sitzen. Geh. Scheiße, das sind zu viele. Nochmals rüber gefahren. Wo bleibt ihr? Scheiße. Bei mir darts wohl nicht mehr lange. Alter, hier kommen immer mehr. Wo seid denn ihr? Bleibt hier bei Nekro. Okay, ich bin nur auf der Straße. Was haben die aus dem Spiel gemacht? Oh genau, vor mir ist gerade einer gespawnt. Als sie das Spawnverhalten haben, die mal scheiße gemacht. Muss ich sagen. Vor allem, dass die auf ihrem Schemel drauf sitzen bleiben, wenn man die anfährt. Okay, wir sind falsch gefahren. Ich sehe es auch gerade. Scheiße. Hier können wir wenden. Und das geht auch nur nach Zeit. Du musst aber auch fast nur konzentrieren auf die scheiß Biker. Oh voll. Keine Sorge. Na hier. Hinter uns, hinter uns. Ja klar. Alter. Ist das schwer. Konzentrierstisch auf die Straße und aufs Navi oder auf die Motorradfahrer. Ja das ist... Wow! Leko! Bleib standhaft! Ja noch 600 Meter. Ey gleich geschafft. Zwei Minuten. Und keine Verfolger mehr. Alter das ist rot. Ah hier am Leuchtturm. Cool. Oh geile Gegend hier. Boah! Was machst du denn? So Alk aufs geholt. Oh Leko! Boah was soll denn das du ey? Nein weg man. Oh yeah. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ne noch nicht. Ich bin noch nicht da. Was ich hier in die Reifen schießen? Warte das ist die Mission. Wird zwar geil aber auch heftig. Ja noch. Obwohl die eine Mission extremst schwer war die eine hier. Genau. Vom letzten heißt. Hat das mit dem Synchronen schießen? No. Ja ja. Hier ist was ich dir gezwungen habe. Haha. Ein bisschen weiter von meinen Reifen. Du musst spekulieren um zu akkumulieren. Jetzt haben wir die Spekulation gemacht. Soon werden wir die Akkumulation. Sehr schnell. Okay? Jetzt raus raus. Okay? Ich habe die Bewerber. Danke. Danke euch allen sehr. Hey. Be cool mit dem Geld. Jeder will mal den Müll halten. Alter wir haben's geschafft. Geil. Oder? Ich habe die Bewerber. Du kannst nicht die Bewerber. Weil ich bin. Ich bin die Bewerber. Ja. Ich bin die Bewerber. Ich bin die Bewerber. Ich werde mit dir nachher. Ich bin die Bewerber. Hey. Trevor, nicht wahr? Also werden wir das tun, oder werden wir einen Körner? Oder beide? Whatever du willst, Mann. Hast du die Bewerber? Ja, wenn du was hast, was du hast. Ja, ich habe sie. Gut. Kann ich sehen? Kann ich sehen? Kann ich sehen? Das Geld? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich habe es. Ich habe es. Hörtlich. Also, Schrauben. Da ist das Geld? Ich habe die Kokain erst. Was? Die Kokain, du mir anst. Entschuldigst du? Ja. Du, oder? Sie sind anst, Herr Phillips? Warum du immer sagen? Das? Und wie ist das? dass du meinen Namen kennst. Ach du Scheiße. Kanonenfutter. Och. Ach, trotzdem bestanden. Im Namen der Forschung. Nö, hast du grad gesehen? Mit den Kizlern schon wieder bleibt dann? Da sähe ich mir ein. Ja, ne. Der war ja mehr irgendwo hinten oder... Hat ne Stadt und Fort mit 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 Eisy gemacht. ha 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 erledige 75 Gegner, wir haben 106 geschafft. Niemand hat erledigt, denn das war ich. Schade aber wer hat das was geschafft? Bonus! Erste Mal! Insgesamt verdient das Geld zu 101 Awesome! Bin ich bei über 300 Wir haben es geschafft! Gott sei Schrank Alter war der geil Da muss man sagen, da war lustig Ja, der ist nie lustig Ich hätte den Koffer noch mitgenommen, bevor ich losgekommen bin Jaja Der Sammelspann hat er jetzt alles verloren Ja, außer die Puppe hat er noch Oh ey, sagt mir gar nicht Und die hatte er ja auch im Singleplayer Weil GTA Online ist ja quasi so eine Art Vorgeschichte Aha Was heißt aber DOA? Keine Ahnung Eigentlich ist es doch DEA oder? Ja Oh, Fahrzeugfreischaltung Auszeichnung Technik Nice Wir haben es geschafft Leute Wir haben sie schissen gekriegt Gott sei Schrank Oh yeah Das wars mit dieser Folge von GTA 5 Online Wenn es euch gefallen hat Lasst doch einen Kommentar oder Daumen oder Abo Oder alles Wir bedanken uns für's Zusehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss